Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Minus 2 Sterne Urlaubsreise in tropischen Gewässern in Stranded Deep. Ja, wir sind abfahrbereit in Richtung Luska. Wir haben uns gewappnet, wir haben 60 Pfeile, wir haben 4 Bandagen. Habe ich jetzt erstmal nur an der Hand. Ich habe aber definitiv noch ein paar mehr gemacht, da sind sie. Falls wir brauchen, ich hoffe wir kommen da im Eifer des Gefechts auch dran. Wie gesagt, wir haben 60 Pfeile, wir haben Bandagen, wir haben hier Rationen, wir haben den Motor vollgetankt, wir haben alles unten auf den Werkzeuggürtel gelegt. Und dann können wir los. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist schließlich der schwerste Boss. So, wir heizen ein Richtung Südwesten. Wir werden, vielleicht mache ich nachher eine kleine Überblende. Ähm. Wenn es noch zu dunkel sein sollte, wenn wir da ankommen. Ich weiß auch nicht, wie schnell wir jetzt sind, ne. So, ich mag diese Lenkung nicht. Naja, es klappt schon irgendwie, ne. So, Südwest heißt, wir müssen, glaube ich, Richtung Mond, ne. Ich gucke aber sofort nochmal nach. Wenn wir hier in Richtung Mond unterwegs sind, mach doch mal... Ah, jetzt weiß ich auch, warum wir hier so langsam sind. Mach doch mal das Segel aus. So, und jetzt fahren wir mal Richtung Mond und dann gucken wir mal. So, ähm. Motor aus. Äh, da müssen wir lang. Ne, doch nicht Richtung Mond. Wir müssen in diese Richtung. Also noch ein bisschen rüber. Ein bisschen nach links. So, this way ungefähr. Ich hoffe, wir finden es diesmal so schnell wie beim letzten Mal. Aber eigentlich war das recht easy zu finden. Wirklich nur südwestlich halten. Und jetzt fahren wir nicht südwestlich, sondern müssen doch wieder ein Stück nach rechts. Oh. Ist ein bisschen schwierig mit der Navigation hier. Aber da so ein bisschen mittig an der Insel vorbei, da sind wir schon am richtigen Weg, ne. So, da. Da wird's Zeit. Ah, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Weil das ist ja der schwerste Boss. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr warten, wenn wir da ankommen, weil es wird gerade hell. Sehr geil. Ach ja. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, was uns das Ganze so bringt, ne. Oder wie wir da durchkommen eher. Wie wir da durchkommen. Der Lusker soll ja schon etwas schwerer sein. So, jetzt muss ich aber mal eben orientieren hier am Kompass. Südwest ist nochmal ein Stück an der Insel vorbei. Eher diese Richtung. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, der Kompass spinnt ein bisschen. Der passt nicht so richtig. Weil egal, wie man sich orientiert, ist man irgendwie falsch. Aber das kann auch an meinem schlechten Orientierungssinn liegen. Ja, also wir müssen etwas da raus dann jetzt. Okay. Zur Not haben wir ja den Kartografen. Obwohl ich immer noch schade finde, dass der nicht im Spiel ist. Ähm, dass man immer dafür einmal speichern und ausloggen muss. Apropos speichern, jetzt weiß ich, was ich in der ganzen Rumräumerei vergessen habe. Ich wollte uns eigentlich noch ein Bett craften, mit dem wir uns da irgendwo speichern können. Ah, egal. Wir können auch ganz schnell einen Unterschlupf bauen. Die sind ja schnell gebaut, die Dinger. So, das heißt der Luska. Ich hoffe nicht, dass wir in ein Unwetter geraten. Weil dann werden wir auch keinen Kampf machen. Aber, so wie sich die See hier gerade tut, kommen wir natürlich mitten in ein Unwetter rein. Das ist natürlich gerade ein bisschen blöd, ne? Also, das machen wir nicht mit. So, in die Richtung. Also, die Insel noch ein bisschen darüber. Oh, Mann. Ja, jetzt kommen wir mitten in ein Unwetter. Das ist doch nicht mehr schön. So, dann orientieren wir uns vom Luska aus da hinten. Das könnte so ein Spot sein, ne? Da war irgendwas. Wir fahren mal hier weiter lang. Hier sieht es richtig aus. Aber ja, jetzt bringt uns der Sturm hier ganz schön durcheinander. Ei, 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 ei. Das ist jetzt natürlich gar nicht schön, ne? Da werden wir wohl keinen Bossfight machen bei so einem Scheißwetter. Ne, das wäre ein bisschen blöd. So, da ist diese Insel. Zur Not müssen wir da noch einen Zwischenstopp machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir sind. Und ob wir wirklich richtig sind, ne? Jetzt hier bei dem Wetter sieht man ja auch nix. Aber ich glaube, wir müssen noch ein Stück da runter. Ich glaube es. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich meine da hinten sowas zu sehen. Kann natürlich auch eine Insel sein. Oder Wellen. Wir gucken mal, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Siehste? Da. Du musst schon wieder da rüber. Das ist doch alles nicht mehr schön. Daher, irgendwie ist das hier verhext mit der ganzen Scheiße. Mit diesem Kompass. Der ist irgendwie nicht so genau. Ja, ob wir das jetzt bei dem Unwetter finden, ist noch fraglich, ne? Und ob wir überhaupt noch richtig sind. Ist auch noch so eine Sache. Aber eigentlich müsste er hier jetzt gleich irgendwo sein, ne? Ja, bei dem Wetter sieht man... Ach, du ahnst nicht. Hier ist das Ende der Welt. Wir sind schon wieder am Ende der Welt angelangt. Na, super Sache, dat. Echt? Ja, ich will ja. Lass mich doch. Lass mich doch umdrehen hier. Na, super. Da vorne ist ein Wrack. Von irgendeiner Insel, aber keine Boje, ne? Ah, und schon hat man sich hier wieder verfahren. Ich mag das Spiel. Es wäre schon cool, wenn die Map irgendwie ingame wäre. Man mal eben drauf gucken kann, wo man ist. Aber vielleicht ist das ja auch zu einfach. So, wir fahren mal eben die Insel da an. Und dann würde ich mich nochmal eben schnell neu orientieren. Beim letzten Mal haben wir es super easy gefunden. Und jetzt, äh, ja, vielleicht dadurch dann unwetterbedingt, aber auch mit diesen Abweichen, wenn man hier auf hoher See ist. Ja, so langsam lässt der Sturm null nach. Ah, wir sind schon abgeprallt. Ach ja, da will man nur auf so eine Insel antuckern und dann ist hier alles voller Wracks. Ist aber echt eine Menge Wracks, ne? So, was ist denn jetzt hier? Du blödes Ding, dreh doch mal vernünftig um, ey. Ja, das ist eine Katastrophe mit dem Wendekreis. Ehrlich. So kann es natürlich noch eine Stunde dauern, bis wir den Lusker gefunden haben. Nein, aber sobald das Unwetter nachlässt, wissen wir mehr. Ich schneide mal eben raus, bis das Unwetter vorbei ist. Und dann sage ich euch gleich Bescheid, wie es bei uns so aussieht. So, wir setzen mal eben den Anker. So. Ei, 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 ei. Was ist denn jetzt hier los? Ui, 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 ui. Hä? Hä? Oh. So. Ah, der Anker. So. So, ihr Lieben. Ähm, ich hab uns noch mal die Nacht weggemacht. Ich musste noch mal eben hier so einen Getränkehalter aufbauen. Warum zum Teufel kommen wir hier wieder nicht rum? Äh, wir müssen, wir sind gar nicht so weit dran vorbeigefahren. Äh, wir müssen von der Insel da drüben, müssen wir nordwestlich und müssen dann direkt auf Lusker kommen. Wahrscheinlich haben wir den gestern im Sturm total übersehen. Ja. 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 So, und jetzt wird's langsam hell. Wir fahren hier rüber und dann direkt rüber zum Lusker. Dann sind wir genau dann da, wenn die Sonne richtig gut aufgegangen ist. So, der Sprit geht uns auch bald aus, aber egal. Dann ist das so, so, von dieser Insel aus, von der Seite von der nordwestlichen, da müssen wir dann nordwestlich rüber. Und dann müssten wir direkt auf Lusker kommen. Jetzt muss ich aber mal eben was gucken. Meinen Kompass habe ich gestern weggepackt. Ich war noch mal tauchen und hab versucht ein Bett zu machen. Aber wir haben nicht genügend Materialien zusammengekriegt. Auch so ein Grund, warum ich uns hier, äh, ja, warum ich uns hier die Nacht noch mal wegmachen musste. So, jetzt fahren wir hier rüber. So, von hier aus orientieren wir uns jetzt gleich nordwestlich. Genau, wenn wir hier an dieser Seite sind. Ja, ab hier. Sagen in die Richtung. So, noch ein Stück hier rüber. Äh, da. Halt, 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 halt. Da sind wir schon wieder zu weit gedreht wegen dem blöden Stein da. Ach, der nervt doch. So, dann hoffen wir mal, dass wir heute keinen Sturm hier kriegen. So, Kompass. Wo sagst du? Nordwesten. Wir müssen noch ein ganzes Stück da rüber. Ja, das passt dann auch. So, okay. Aber ich mag diesen, diesen Drall nicht, ne? Den der hier hat. So, das müsste jetzt stimmen, richtig? Ne, noch ein Stück da rüber. Meine Güte. Ja. Ja, dieser Wendekreis ist echt für den Eimer hier bei dem Teil. Das ist echt schrecklich. Also, irgendwie in die Richtung, zu der Insel rüber. Hier irgendwo muss uns der Lusker gleich entgegenkommen. Ich würde jetzt auf das Segel switchen. Dann haben wir erstens einen besseren Wendekreis. Wir kommen nicht immer so weit vom Kurs ab. Das mag ich nämlich bei dem Teil so gar nicht. Und dann halten wir uns mal hier. Und wir sind nicht so schnell und fahren vielleicht nicht dran vorbei. So, hier irgendwo muss er gleich kommen. Allzu weit war er von der Insel nicht entfernt. Äh, genau. Bleib schön hier auf Kurs. So. Also, wenn ich hier was sehe, dann wäre cool. Ähm, ja. Na, lass mal segeln hier. Ähm, sehen wir hier irgendwo was? Hm. Ich weiß noch nicht. Ich schätze, wir werden noch ein bisschen mehr da rüber müssen. Ja. Aber sicher bin ich mir dessen auch nicht. Weil da sind wir ja noch eindeutig zu nah, denke ich, an der Insel dran. Ähm, immer schön Ausschau halten hier. Äh, dö, 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 dö. Aber auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht schon wieder zu weit vom Kurs abkommen, ne? So, aber wir haben ihn letzte Mal super easy gefunden. Das kann ja diesmal auch nicht viel schwerer sein. Ja, schade, dass man sich so Punkte nicht markieren kann, an denen man schon war. So, jetzt sind wir schon wieder südwestlich. Dieser Kompass, der macht mich wahnsinnig. Das kann noch gar nicht sein. Wir sind doch die ganze Zeit in die Richtung gedriftet. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding entspinnt ohne Ende. Ehrlich, jetzt sind wir nordwestlich da. Wahrscheinlich sind wir schon wieder dran vorbei. Und dieser Kompass einfach nur kacke ist. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber kann nicht sein, dass du die ganze Zeit auf nordwestlichem Kurs bist, dann guckst du und bist plötzlich südwestlich. Das stimmt doch irgendwann nicht. Irgendwie scheint der Magnet hier von dieser Erde falsch gepolt zu sein. So, pass auf. Jetzt sind wir schon wieder fast westlich. Da hast du doch das Gefühl, du fährst voll im Kreis. Ehrlich. Da hast du echt das Gefühl, du fährst wie ein Bescheuerter im Kreis rum. Ja, aber irgendwo hier muss er sein. So einfach ist das. Da ist diese Insel, von der wir gekommen sind. Das heißt, irgendwo zwischen der Insel und der Insel, oder was? Oder noch weiter hinaus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Das ist auf jeden Fall Südwesten hier, ne? Denke ich. Man weiß es ja nie. Äh, Nordwesten. Ne, das ist schon wieder Norden. Nordwestlich ist schon wieder eher da. Oh. Da bist du schon wieder zu weit. Also da müsste dann nordwestlich sein. Hier muss er doch irgendwo jetzt auch aufpoppen. Ah, deswegen ist es schon besser, man fährt mit diesem Floß. So, dann müssen wir da nochmal gleich nochmal umdrehen, ne? Der muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo sein. So, also ich sehe gar nichts. Ich sehe hier noch nirgends wo was aufpoppen. Ähm, da hinten scheint schon wieder das Ende der Welt zu kommen. Weiß es aber auch nicht. Wir driften auch schon wieder vollkommen ab hier. dieses Floß, ne? Das ist die Katastrophe schlechthin. Echt, das driftet nach links weg. Und, 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 und. Ey, das kann doch nicht sein. Wir sind schon wieder komplett die andere Richtung gedreht hier. Ernsthaft, ey. Das ist doch alles nicht mehr schön hier. So, nordwesten, da. Er muss sich hier irgendwo im Radius befinden. Ja, hier ist schon wieder Ende der Welt, genau. Super hier, super. Oh, Mann, ey. Komm, drifte mal zurück hier. Jetzt driftet der auch nicht zurück. Wie geil ist das denn? Gut, dass wir noch einen Motor haben, sonst würden wir hier festhängen. Ehrlich. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch nicht so schwierig sein. Echt nicht. Jetzt nimm das Ding in die Hand. Verflickst und zugenäht. Und dann ab in die Richtung da. So, dann fahren wir noch mal runter zu der Insel rum. Da ist Ende. So. Da wir hier am Ende der Welt sind, kann das hier nicht sein. So. Das heißt, wir müssen von der Insel nochmal zurück zu der anderen Insel. Oh, Katastrophe. Grande Katastrophe hier. Warte mal, da. Ne, das ist Dreck auf meinem Monitor. Oh, Mann, oh. Also eigentlich hätten wir direkt nordwestlich drauf zu fahren müssen. Von der einen Insel aus. Deswegen, also, das ist schon irgendwie alles sehr komisch hier. Das muss irgendwo hier in dem Radius sein. In diesem, ja, Radius. Da muss der irgendwo liegen. Und zwar zwischen der Insel und zwischen der Insel. Anders kann ich mir das nicht erklären oder ich kann gar keine Karten mehr lesen. Wahrscheinlich Zweiteres. Aber jetzt tuckert man hier rum auf der Suche nach so einem blödem Scheiß, ne? Aber wir werden heute den machen. Und wenn ich den jetzt nicht finde, dann schneide ich euch halt raus, bis ich ihn gefunden habe. Gibt es doch alle nicht. Wir fahren jetzt von der Insel aus. Vielleicht, wenn wir auf der Höhe der Insel sind, da fahren wir nochmal in die Richtung zurück. Da muss der irgendwo sein. Ja. Geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Da hinten ist nichts zu sehen. Da ist auch schon Ende der Welt. Also, das kann ja auch nicht sein. Da ist schon wieder eine andere Insel. Das können wir drehen hier mal bei und fahren in Richtung dieser Insel. Und checken das Ganze nochmal. Und sonst gucke ich nochmal nach. Aber das kann alle nicht mehr sein. So. Hierzwischen muss der irgendwo liegen. Das geht gar nicht anders. Also, spätestens, wenn wir an der Insel angekommen sind, fahre ich hier nochmal alles ohne euch ab, bis ich den blöd mal gefunden habe. Jetzt kann es ja auch nicht mehr am Dings liegen, ne? Ähm, sag schnell. Am Sturm. Aber ich will nicht noch eine Nacht durchstarten müssen, um hier irgendwie klar zu kommen. Wir werden ihn schaffen, da mache ich mir keine Sorge. Frage ist nur, wann. Ja, aber der muss hier jetzt irgendwo sein. Ganz ehrlich. Der kann nicht so weit weg sein. Wir waren genau auf Kurs. Da ist der Waal. Da ist die Insel, zu der ich zurückfahren wollte. Da war der Waal in seiner Nähe. Aber wir müssen ein bisschen Abstand von dem Waal halten. Ich habe mir sagen lassen, der schubst Flöße um. Das wollen wir gar nicht erst austesten, ne? Was ist das denn da hinten? Ist das immer noch der Dreck auf meinem Monitor? Ne, das ist eine andere Insel, glaube ich. Och, okay, da gibt es doch jetzt nicht. Echt? Das kann doch nicht ernsthaft wahr sein jetzt hier. Der muss hier irgendwo sein. Aber wo? Hä? Das ist doch auch wieder eine andere Insel da hinten, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Ich fahre da mal hin. Wenn da das nicht ist, fahren wir zu der Insel und ich gucke nochmal nach. Aber dieser Fleck da vorne, das könnte er tatsächlich sein. Da sind wir aber nicht nordwestlich unterwegs. Da war das aber sehr nordwestlich. Aber ja, wenn es dieser Fleck da hinten ist, das sieht ja gut nach so einem Spot aus. Ja, 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 ich glaube, da ist er. Ach, mein Gott. Wat ne Prozedur hier, du. Da ist er. Ja, Gott sei Dank. So. Wie gesagt, ich bin gerüstet. Ich check das gleich nochmal. Wir hauen uns nochmal eine Proviantdose rein vorher, damit wir direkt gestärkter ankommen. Oder direkt voll gefressen und voll getrunken sind. Und dann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Ja. Und danach würde ich sagen, morgen die Runde ist hier. Die Inseln abklappern nach diesem Wilson. Wolli. Wolli heißt er hier, glaube ich, im Spiel. Wilson im Film. Ja. So, da vorne ist er auf jeden Fall. So. Und gleichzeitig gucken, ob wir den weißen Hai sehen. Der wird nicht hier in Bosnie sein, aber irgendwo müssen wir den ja auch finden. Und ja, wenn wir hier so ein bisschen die Inseln abklappern, ist das auch nicht so verkehrt. Aber nicht allzu lange, weil uns sonst die Pflanzen verrecken. Das wäre ja auch nicht so schön. Obwohl, wenn wir den weißen Hai haben und alles. Also normalerweise habe ich benzinmäßig jetzt schon alles zusammen. Von daher, da kann auch nichts mehr schief gehen. Ja. Aber erstmal kommt jetzt hier dieser Boss. Na, das hat ja echt super funktioniert mit nordwestlich von der Insel aus. Ja, ganz klasse. So, da ist er, der Gute. Hab schon ein bisschen Angst. Aber ja, wir werden ihn schon schaffen. So, Luska, der Große. Dann schmeißen wir den Anger raus. Äh, ja, dann musst du loslassen. Hä? Wieso haben wir denn die Sachen alle nicht mehr auf dem Gürtel? Das ist doch alles Kacke. Auf der 2 die Bandage. Quatsch. Äh, hier das Ding auf die 1, ne? Genau. Das Ding auf die 2. Hä? Jetzt habe ich ihn wieder runtergenommen. Oh Mann. Die Dinger auf die 3 und auf die 4 die Speere gelegt. Ja, das kommt wahrscheinlich durchs Ausloggen und so. So, dann schauen wir mal. Da ist er doch schon, ne? Ist er da? Dann ist er. Wo ist mein Fluss? Da. Ah. Nein, 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 nein. Raus, raus, raus. Raus aus der Kiste. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken? Wo ist das Viech? Da. Ah. Äh, 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 äh. Rein, 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 rein. Oh. Wo ist der Drecksack? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah. Nee, 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 nee. Weg, 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 weg. So. Boah, der ist gar nicht so easy. Mit seinem Geflätsche hier. Wo bist du scheißviech denn? Oh, ich seh den nie. Wo ist er? Ah. Ja, ah, nein, 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 nein. Auf die Boje, auf die Boje, auf die Boje. Nein. Ah. Boah. Ach, sag mal. Du Arsch. Lass mich doch hier. Wie sieht's aus hier? Oh. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir müssen jetzt schnell auf die drei. Essen. Eins. Ach, Mann, Luschka, du Arsch. So, rüber. Aufs Boot, aufs Boot, aufs Boot. Meine Güte. Erstmal dran gewöhnen hier an dem seine Moves. Ach, kann man unter Wasser gar nicht schießen mit dem Teil. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Sag mal, ey, Junge. Äh. So, nee, 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 nee. Der ist ja echt heavy, ey. Der reißt einen hier immer mit sich. Ja, 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 ja. Weit weg, weit weg. Ja, getroffen, yeah. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Nee, 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 nee. Was ist denn jetzt kaputt? Ah, falsche Tasten. Falsche Tasten sind immer scheiße. Vor allem falsche Tastenkamp-Kombinationen. Ja. Oh, Mann. Hoffentlich reichen unsere Pfeile. Meine Fresse, was ist mit dir nicht richtig, Junge? Äh, wo ist mein Fluss? Da. Ah. Hehehe. Oh, das ist immer so lange zum Nachladen, brauchst du Arsch, ey. Du heiopai. Ah. Nee. Nee, nee, nee. Äh. Oh, Junge. Lass da Thomas sein, du näherst. Aber bis jetzt hat er mich noch nicht ins Maul gekriegt, ne? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ah. Shit. Den hab ich mir, glaub ich, voll ins Floß geschossen. Ah, jetzt. Nein, nein, nein. Wo ist mein Floß? Wo ist er? Boah, zieht er mich tief runter. Der ist Sack, ey. Ah, aber Essen, äh, Leben und so. Wo bist du, ey? Sag mal. Junge. Oh. Ja, sag mal. Man kann sich hier gar nicht richtig orientieren, wo der gerade ist, ey. So, ey, 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 ey. Mann. Ah, der macht wirklich nicht viel Schaden, ne? Der macht nicht viel Schaden, das ist schon mal gut, ne? Nee, aber wo ist er? Da. Ach, Mann. Dem kann man aber auch irgendwie gar nicht ausweichen, ne? So, wir haben noch nicht mal die Hälfte, ey. Und es wird gleich dunkel, das ist scheiße. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt hier. Echt jetzt? Im Dunkeln hab ich da gar keinen Bock drauf, ey. Ja. Boah, nee, 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 nee. Nicht erwischen, nicht erwischen, bitte, bitte, bitte nicht. Oh, das Floß habe ich jetzt auch schon mehrfach getroffen. Wo ist denn mein Floß hier? Da. Schnell wieder drauf. Ne, 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 lass mich doch mal auf mein Floß aufsteigen. Wo bist du, Drecksau? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Da. Ja, aber wieder getroffen. Komm. Das schaffen wir jetzt noch, bevor es dunkel wird. Ey, ey, sag mal, lass mich doch mal in Frieden. Ah, das gibt's doch nicht. Wo ist er, Dreckswicht, denn immer? Ach, Mann. Man sieht ihn da gar nicht mehr hier, ey. Wie soll man denn dann vor Dunkelheit schaffen? Alter, wir hätten früher hier ankommen sollen. Ich sag es euch, ich sag es euch. Wir hätten hier viel früher ankommen sollen. Jetzt sehe ich den gar nicht mehr gleich, ne? Ach, du ahnst das nicht. Warum muss das denn genau jetzt dunkel werden? Ehrlich? Ne, 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 ne. Ach, Leute, das ist doch scheiße so. Das ist doch Kackmist. Wo ist der Gewürzgurkenhalter? Ah, jetzt im Dunkeln ist ja richtig kacke, ey. Das ist scheiße. Im Dunkeln ist echt scheiße, ne? Ah, das schaffe ich doch im Leben nicht. Wir werden uns jetzt die ganze Nacht hier irgendwie dumm hintun müssen, oder wie? Ah, noch geht's. Junge, ey. Ich würde den gerne ein bisschen besser sehen hier, ey. Da ist er. Und wo bin ich jetzt? Wo ist mein Floß? Wo ist mein Floß? Meine Fresse, bin ich weit weg. Ah. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn wir den da erwischt hätten, ne? Er hat aber auch lange Arme, du. Da ist er. Ja. Ja. Ne. Ne, 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 nicht fangen lassen. Nicht fangen lassen, habe ich gehört. Ah, je. Oh. Ich würde sagen, die Werte. Ah, alles noch cool. So, wo ist der Junge? Da. Ja. Ne. Äh, blöd. Aber wir machen den auch im Dunkeln, oder? Ja, sicher. So, wo ist der Kollege jetzt wieder? Hier. Ach, Mann. Dieses Aufsteigen aufs Boot, ne? Ja. Er fischt. Ja, nochmal erwischt. Sehr geil. Ja, 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 ja. Ja, ne, 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 ne. Diesmal nicht, Luska. Diesmal nicht. Wo bist du, Drecksack, schon wieder? Ah. Ja. Ach, das geht auch im Dunkeln, Leute. Ah, das ist ja cool. Hätte ich mir jetzt etwas schwerer gedacht. Wie viele Pfeile wir wohl noch haben? Oh, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Ja, manchmal siehst du auch mein Tag nicht richtig, ne? So. Der Kollege Huhnfisch hier, ey. Ja. Er wischt. Er wischt. Er wischt. Er macht seinen Todes-Move. Aua. Ah. Ah, noch ist alles im grünen Bereich hier. Ja. So, wo ist er jetzt nochmal? Ei, 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 ei. Ah, ja. So, da. Da, 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 da. Ja, er wischt. Egal, ihr habt ihr erwischt, Alter. So, gleich haben wir ihn. Ja. Ah, das war er nicht. Äh, den haben wir doch gleich. Ja. Nochmal erwischt. Gut. Aber, uh, der nimmt auch nicht mehr viel Schaden hier, ey. Äh, Luska, wo bist du? Da. Äh, warum? Äh, ich hab keine Pfeile mehr. Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab echt schon 60 Pfeile verschossen. Äh. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Wieso hab ich 60 Pfeile verschossen? Kann doch echt nicht sein, ey. Wo ist er jetzt? Ja, nee. Nicht ja. Echt, da haben wir 60 Pfeile verballert. Das ist doch scheiße, ey. Boah, kacke. Nee, wo ist er? Wo, 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 wo's los? Da. Nee, da. Oh, Mann. 60 Pfeile verkackt. Und jetzt? Müssen wir den mit Speeren treffen, oder was? So, müssen wir erst mal gucken, wo er ist. Ich seh den auch immer so schlecht, ey. Voll kacke. Wieso hab ich 60 Pfeile? So oft hab ich doch noch gar nicht geschossen, ey. Ich sicher, dass ich alle Pfeile an Mann hab. Ja, da haben wir einen Armwahn erwischt. Mit dem Speer, du. Da haben wir eigentlich mehr als vier, nee. Da haben wir so viel Speere reichen. Äh, wo bist du, Drecksack? Ja. Und gleich haben wir einen, gleich haben wir einen. Zwei Speere noch vielleicht. Wir müssen nur treffen, ne? Ähm, ja. Werden wir ihn sehen, ne? Ja. Ja. Ja, aber egal, wie lange es dauert, ne? Wenn wir ihn dadurch schaffen, dann schaffen wir ihn, ne? Ja. Yeah, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Gib mir meine Sachen. So viele ich kriegen kann. Oha. Ja. Als die Pfeile leer waren, hab ich gedacht, das war's, ey. Ehrlich, Leute. Als die Pfeile leer waren, hab ich gedacht, das war's. So, komm, jetzt hast du ja erstmal eine Ration verdient. Wir haben nicht eine Bandage gebraucht. Sehr geil. Werte sind äußerst perfekt. Mega geil. Mega geil, so. Ja. Das finde ich genial. So. Wieso haben wir so viel Pfeile verbraucht, ey? Also, bevor wir den weißen Hai machen, müssen wir nochmal ein paar Pfeile machen. Was ist denn jetzt? Gib doch den Pfeil da mal her. So, da ist auch noch einer im Boden. Und da steckt auch noch einer. Ja gut, ich hab zu 69% meinen Floß getroffen. Ah, wenn's Floß nicht so wackeln würde, Mensch. Äh. Ärgerlich. Ärgerlich. So. Aber. Naja. Wir haben acht Pfeile in meinem Floß. Da hatte ich wirklich alle Pfeile mit. Ich hab 60 Pfeile verschossen. Hab ich gar nicht gemerkt, ey. Verdammig. So. Die nächste Insel ist die hinter uns, oder? Ja. Oder die da. Komm, wir driften die da an. Oder die hinter uns. Ne, die hinter uns. Komm. So. So. Und rüber. Ja. Ja gut, der war jetzt ein bisschen nervig. Tatsächlich. Ach, Junge, ey. Er war tatsächlich ein bisschen nervig, was das anging. Mit dem ins Wasser ziehen. War ein bisschen verwirrend. Aber der hat dafür nicht wirklich viel Schaden gemacht, ne? Ne. Viel Schaden hat er nicht gemacht. Also ich glaube, wir waren nicht einmal in irgendeinem kritischen Bereich, was Schaden angeht. Puh, haben wir aber auch gut überzogen. So, ich fahre jetzt noch mit euch bis zu der Insel. Und dann machen wir hier für heute die Runde Schluss. Ja gut, aber bei so einem Kampf, da muss man auch mal ein bisschen Zeit mehr einrechnen. Ist ja jetzt nicht so schlimm gewesen, ne? Puh, aber... Der war echt, äh... Ja, anstrengend, weil... Nervig mit dem runterziehen vom Bord, ne? Und ich weiß gar nicht, ob da unter Wasser, wo ich es nicht gehört habe, ob ich da so viele Pfeile verschossen habe immer. Ich habe es zwar immer fein gedrückt, aber nie was getroffen, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich gedacht, unter Wasser schießt das Ding gar nicht ab. Zumindest nicht mit meinen ganzen Bewegungen dabei. Hm. Dem war wohl nicht so. Da habe ich mich wohl etwas getäuscht. Ja, egal. Wir haben ihn geschafft. Wir haben alle drei Bosse. Jetzt machen wir noch eine Volley-Tour und eine... Weiße-Hai-Tour. Also die verbinden wir natürlich. Ja, leider muss ich jetzt erstmal nochmal so 20 neue Pfeile machen. Für einen Stack zumindest. Ja, und wenn wir den zusammen haben, dann, ähm... Ja. Wird's Zeit, ne? Irgendwie hatte ich diesmal ein bisschen Performance-Probleme. Da muss ich mal gucken, woran das lag. Weil, keine Ahnung. Eigentlich läuft hier nicht mal irgendwas im Hintergrund, außer dem Aufnahmetool und dem Spiel. Also irgendwas... Hat da komische Dinge gemacht. Ja. Keine Ahnung, warum. Guck mal, wir haben einen Hai bei uns. Jo, aber dann machen wir... Was war das? Ach, wahrscheinlich so ein komisches Vieh hier. Das ist aus, dass wenn einem so ein Speer ins Auge fliegt. Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. So, aber jetzt haben wir gleich erstmal für die Folge hier geschafft. Ja. Mich am Floß verabschieden finde ich ein bisschen blöd. Puh, das war cool, ey. Ein schöner Kampf. Ein echt schöner Kampf. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es nicht ganz so rucklig. Aber ich gehe davon aus, dass nicht... So, wir lichten den Anker. Dann mache ich hier nachher eben die ganze Insel frei, damit ich speichern kann. Zumindest soweit, dass ich speichern kann. Und wir sehen uns morgen hier wieder. Und wenn euch die Folge heute gefallen hat, hier gegen Luska zu kämpfen, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Schaut euch die weiteren Videos auf dem Kanal an. Dann würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.